Das Mantra im Silicon Valley speziell, dem ich ja inzwischen angehöre, auch Deutschland natürlich, ist, dass man sehr schnell probiert und lernt. Es gibt wenig Leute, die wirklich die Lösung von vornherein komplett im Kopf haben, speziell bei so etwas Komplizierten wie dem Ausbilden. Was wir wirklich machen, ist sehr viel experimentieren. Wir probieren eine Art des Unterrichtens aus, wir messen dann genau in den Daten, wie gut es funktioniert, wie gut die Studenten das mögen, wie gut die Erfolgsquoten sind. Und dann versuchen wir das zu behalten, was gut funktioniert. Und das, was nicht so gut funktioniert, das wird dann einfach abgeschafft. Ich habe einfach auch selbst kein Interesse, Dinge zu lernen, die nicht in irgendeiner Form mit Problemen in Verbindung stehen, die mich selbst interessieren. So haben wir zum Beispiel in Udacity einen Kurs gemacht, einen Einführungskurs zum Thema Programmieren, Informatik, den CS 101, Computer Science 101. Und statt ihn, also CS 101 zu nennen, Einführung in Informatik, haben wir ihn genannt, wie baut man einen Google. Google ist eine Suchmaschine. In dem Kurs geht man halt von keiner Programmierung. Wenn man den Kurs macht, am Ende baut man sich eine Mini-Suchmaschine, die wirklich auf dem Web echte Webseiten findet und eine echte Suchmaschine implementiert. Nicht ganz so gut wie Google. Google hat mehr als 10.000 Ingenieure. Das ist eine große Firma. Aber der erste Schritt dahin, den kann man dabei lernen. Und ich glaube, wir hören von unseren Studenten sehr stark, dass sie die Motivation sehr, sehr mögen. Also das Gefühl haben, dass es in richtige Perspektive gesetzt wird. Und sie auch verstehen, worum es geht, warum man das macht und wie befähigt werden dadurch. Ich glaube, dass das ein großer Teil der Ausbildung ist, die Motivation. In Silicon Valley gibt es die Firma Facebook, die auch in Deutschland sehr bekannt ist. Und wenn man in Facebook angestellt wird, dann als Ingenieur oder als Programmierer, dann muss man intern erstmal eine Fortbildung mitmachen, die einem beibringt, mit Daten umzugehen. Im Ende ist es so, wir leben in einer Zeit, wo die Online-Daten über den Kunden, über das System die Produkte sehr stark verändert. Und die Datenanalyse ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. In Amerika heißt das Big Data. Das heißt, die Facebook-Angestellten nehmen erstmal einen Kurs im Bereich Big Data. Und Facebook hat bei uns gearbeitet, um den Kurs erstmal für ihre eigenen Angestellten verfügbar zu machen. Aber wir werden in wenigen Wochen den Kurs für die gesamte Welt verfügbar machen. Das heißt, jeder Lernende in der ganzen Welt kann sich auf den gleichen Kenntnisstand vorbringen, wie ein eingehender Facebook-Ingenieur, der in Facebook halt sich um Big Data-Fragen kümmern wird. Und das ist wirklich schön. Das ist sehr, sehr modern. Das sind Inhalte, die fast noch gar nicht von Universitäten aufgegriffen worden sind, weil sie so neu sind. Und die sind auch sehr anwendungsbezogen letztlich. Da geht es wirklich darum, wie kann man eine Webseite besser machen, wie kann man von Nutzerdaten lernen. Und das Produkt, in diesem Falle Facebook, immer effizienter machen, die Werbung immer besser machen. Und diese Fähigkeit bleibt nicht mehr innerhalb Facebook wie so ein Silo liegen, sondern kann quasi von jedem benutzt werden. Die Firmen, mit denen wir arbeiten, teilen natürlich nicht ihre tiefsten Geheimnisse mit uns. Aber auf dem Level sind sie extrem bereit, sich zu öffnen. Aus vielen, vielen Gründen. Natürlich geben sie auch was her. Sie geben ein bisschen interne Informationen her, wie die Firma organisiert ist und was für Inhalte ihre eigenen Leute kennen müssen. Aber gleichzeitig sehen sie zum einen, dass das gut für die Welt ist. Und viele, viele Firmen, Mark Zuckerberg und Larry Page sind da gute Beispiele, machen sich wirklich Sorgen, wie sie der ganzen Welt helfen wollen. Auch außerhalb ihrer Firma natürlich. Und gleichzeitig hilft es euch an eigenen Leuten. Die Leute, die sich dann bei Facebook bewerben, die haben vielleicht den Kurs schon gemacht und sparen sich vielleicht ein paar Wochen oder ein paar Monate und sind schneller produktiv. Die Leute, die in Facebook schon seit zehn Jahren sind oder in Google schon seit 20 Jahren, können es den gleichen Kurs auch machen und können sie auf den Stand setzen wie ein Neuangestellter, ohne dass diese Firmen jetzt große Schulungen durchführen müssen. Ich glaube, das ist ein Win-Win für jeden, der beteiligt ist. Jeder wird ein Stück gewinnen. Die Welt wird gewinnen, die Studenten werden gewinnen, die Firmen werden gewinnen. Ausbildung, die Fähigkeit, Dinge zu tun, ist so zentral in der westlichen Welt, in der ganzen Welt, dass ich glaube, dass alle nur gewinnen können. Speziell durch Udacity's Kollaboration mit Top-Tech-Firmen sind die Werte unserer Zertifikate gewaltig nach oben gegangen. Die Firmen, mit denen wir arbeiten, fordern zum Teil auch die CVs der erfolgreichen Absolventen an, um sie aktiv zu rekrutieren. Das heißt, wenn man jetzt eine Google-Klasse bei uns macht oder Facebook, kann es passieren, dass man gefragt wird, können wir bitte deinen Lebenslauf an diese Firmen übermitteln? Denn die suchen nach Arbeitskräften letztlich. Und das liegt unter anderem daran, dass die Firmen auch ihre eigenen Ausbildungspfade nun selbst bauen mit uns zusammen. Aber auch, dass letztlich geht es den Firmen darum, gute Angestellte zu haben, die gut funktionieren. Und der Abschluss, den es normalerweise gibt, ist natürlich ein sehr, sehr gutes Signal. Also ein Bachelor-, ein Master-Degree-, ein Doktorabschluss zeigt halt eine gewisse Qualität von Können und Wissen und so weiter und auch eine gewisse Persistenz, um ehrlich zu sein. Das ist auch ein wichtiger Teil, dass man es auch durchgehalten hat. Und das ist eigentlich ein gutes Signal, aber es ist nicht mehr das einzige Signal. Wenn ich nach Silicon Valley gehe, zu Start-up-Firmen, die zum großen Teil gucken überhaupt gar nicht und wir haben Abschluss inzwischen. Die gucken auf die Projekte, die man gemacht hat, die Arbeit, die man vorlegen kann, mit der man dokumentieren kann, was man wirklich kann. Und die wissen längst, dass ein 16-, 17-Jähriger Schüler teilweise besser ist als ein 35-Jähriger Promovierter, der vielleicht sehr viel besser auf dem Papier aussieht. Am Ende geht es wirklich darum, wer ist der Beste, nicht darum, wer hat den besten Abschluss. In den USA ist es so, dass die Durchschnittspersonen ungefähr sieben verschiedene Arten von Jobs in ihrem Leben anbaut. Also richtig verschiedene andere Anstellungen, sondern auch eine andere Art des Jobs und sich damit sozusagen siebenmal neu erfinden muss im Leben. Und diese Ausbildung, die sie bekommen in der Universität, deckt den Anfang sehr gut ab, aber nicht das Ende. Und daher gibt es eine sehr große sogenannte Skills Gap, die es auch in Deutschland gibt. In Deutschland gibt es ungefähr zwei bis drei Millionen offene Positionen. Dabei im Jahr 2020 ist geschätzt worden von McKinsey im Bereich MINT, im Bereich Ingenieurswissenschaften und eine Menge sehr fähige Leute, die sicherlich in diese Position auch reinkommen könnten, wenn sie die richtige Ausbildung hätten. Das heißt, woran wir sehr stark gelingen, ist es auch in Änderungen der ganzen Ausbildung, nicht nur vom Studium her, sondern quasi fürs ganze Leben. In Deutschland gibt es inzwischen dieses duale Studium, was ich ausgesprochen gut finde. Und ich wünschte mir, es hätte existiert, als ich jung war. Und wo halt Industrie und Universitäten zusammenarbeiten speziell, um den jungen Auszubildenden und den Studierenden eine bessere Perspektive zu geben, was die Form der Ausbildung betrifft. Und soweit ich sehen kann, ist es ein sehr, sehr erfolgreiches Programm. Das wird inzwischen auch viel in den USA diskutiert, als bahnbrechend für die Ausbildung. Es gibt natürlich immer die Sorge der Professoren, dass zu stark Industrieinvolvierung die akademische Freiheit beeinträchtigt. Und das ist auch gerechtfertigt. Wenn alles nur noch für Industrie gemacht würde, kann ich mir kaum vorstellen, dass ein Albert Einstein wirklich Gedanken haben könnte, die so außerhalb des Bekannten sitzen würden, dass die vielleicht erst 50 Jahre später die Welt verändern würden. Ich könnte mir auch kaum vorstellen, dass die Geisteswissenschaften das überleben würden. Wenn die Industrie das reine Sagen hätte, glaube ich, dass es relativ wenig Leute geben würden, die Geschichte lernen würden oder Dichtung oder ähnliche Dinge oder Kunst. Und das sind wichtige Fächer. Ich glaube, eine Balance ist gut. Ich glaube, zurzeit ist es ein bisschen so in den USA, dass die Balance viel zu stark auf der akademischen Seite ist. Es gibt eine sehr starke Separation zwischen dem, was die Universitäten anbieten und was die Arbeitgeber gerne möchten. Und durch die Separation gibt es sehr, sehr viele Absolventen, die lange, lange Zeit, oftmals mehr als ein Jahr, keinen Job finden können. Und da wünsche ich mir, dass es einen stärkeren Einfluss geben würde wie hier in Deutschland, wo Arbeitgeber aktiv die Verantwortung wahrnehmen und mitmachen bei der Gestaltung der Bildung. Ich denke, es wird eine Zeit der Experimentierung geben, wo Firmen wie meine eigene Jodacity und andere Firmen sich Nischen suchen werden, wo sie gut funktionieren. Und es lange dauern wird, bis das große System der Universitätswesen wirklich sich verändern wird. Aber es ist eine Frage der Zeitskala. Also wenn man innerhalb von zwölf Monaten eine große Änderung erwartet, wird man enttäuscht sein. Wenn man innerhalb von 30 Jahren eine große Änderung erwartet, wird man vielleicht überrascht sein, wie schnell das gehen kann. Ich denke, gerade die Arbeitsmarktsituation im Moment in den USA und weltweit führt dazu, dass es einen wahnsinnigen Druck auf unangestellte Arbeitslose oder junge Menschen gibt, sich richtig vorzubereiten, im Arbeitsmarkt kompetitiv zu sein. Und ich glaube, da wird eine Menge in der nächsten Zeitpunkt passieren. Und da hat die Jodacity auch eine sehr, sehr große Chance, Leuten zu helfen. Wenn wir es schaffen zum Beispiel, dass unsere Art von Ausbildung mehr Kredibilität hat als ein typischer durchschnittlicher Universitätsabschluss, dann kann ich mir gut vorstellen, dass auch irgendwann mal junge Leute sagen, ja, wir gehen zu Jodacity, das ist billiger und schneller und schöner und macht mehr Spaß und hat bessere Chancen, mir einen Job zu geben, als vielleicht in die ganz normale amerikanische Universität zu gehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.